Musik Bei der Kölner Golfwoche bringt mir besonders viel Spaß, dass die Menschen miteinander dort sind, dass wir sehr viele Freunde auch mittlerweile gewonnen haben, dass wir nach dem Spielen auch ein Bier zusammentrinken und am Samstag in Leverkusen eine wunderbare Abschlussveranstaltung haben. Ich spiele mit bei der Kölner Golfwoche. Es ist in Köln und im Umkreis einer Institution und es ist halt eine große Familie. Man kennt sich, es sind tolle Turniere, toller Veranstalter, es lohnt sich. Ich mache mit bei der Kölner Golfwoche, weil es mir super Spaß macht. Ich lerne neue Plätze kennen und ich lerne extrem viel Turniererfahrung. Musik Kölner Golfwoche ist für Golfer das sensationelle und geizte Event im Rheinland. Ich habe sehr viel Spaß am Golfspielen. Ich treffe hier sehr viele nette Leute. Deswegen bin ich bei der Kölner Golfwoche dabei. Die Kölner Golfwoche ist inzwischen im 11. Jahr ja auch schon fast eine Art Social Event und das muss man einfach unterstützen. Golfen, gutes Sehen, exaktes Sehen hat ja auch ein bisschen was mit den Augen zu tun. Deshalb wollen wir uns einfach da ein bisschen mit einbringen. Musik Musik Kölner Golfwoche ist die größte und meines Erachtens bedeutendste Amateur-Golf-Veranstaltung in Deutschland mit Menschen aus der ganzen Bundesrepublik. Ich spiele mit bei der Kölner Golfwoche, weil das das beste Event ist, was es im Golfbereich überhaupt gibt. Die Leute sind super nett, die Plätze sind einfach hervorragend, die Preise sind natürlich toll und ja, und der Freddy, der ist, ja, einfach toll. Schön, dass ihr dabei seid. Bis nächstes Jahr. Darf ich das sagen? Das ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Servus. Hey. Jetzt hast du es gesagt. Also ich... Okay, okay. Ja, jetzt hören wir die Worte. Jetzt nochmal, geil. Mach mit, mach mit. Mach mit, mach mit. Mach. Mach.